Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar habe ich heute für euch die Pinkbox. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Januar hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Pinkbox Team. Denn in diesem Video darf ich auch wieder, wie auch letztes Jahr, eine Box an einen von euch verlosen. Alles was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, das ist eine Beautybox, die erscheint monatlich, kostet zwischen, ich glaube mittlerweile 13,45 und 15,95 pro Monat und pro Box. Je nachdem, was für eine Aboform du wählst. Und ja, Sammy hat hier eine, so eine, sieht man gar nicht, so eine Schnüffelmatte. Da ist so sein Futter drin und ja, er feiert es hart. Genau, darum soll es aber heute nicht gehen, kann ich euch bei Bedarf aber auch mal in der Infobox verlinken. Das ist ein scharfes Teil. Auf jeden Fall ist der Karton deutlich größer als die Box an sich, weil irgendwie scheinen da wieder mal Sachen drin zu sein, die nicht in die Box gepasst haben. Die räume ich auch mal eben kurz zur Seite. Dünn. Wir gucken uns mal an. Genau, die ist aber schwer, ne? Die ist gefüllt mit Beautyartikeln, Pflege und dekorative Kosmetik. Und ja, ist jetzt dieses Mal ganz schön schwer, ne? Also da hast du hauptsächlich so Drogeriemarken drin, sag ich jetzt einfach mal dazu. Ähm, wir haben auch ein Magazin dabei und das lacht mich hier gerade so an, weil ein Monsieur darauf abgebildet ist, was ich extrem cool finde. Und zwar ist das Guido Maria Kretschmers Magazin. Äh, Guido, eine von euch. 3,90 Euro kostet das schon, ähm, Schätzelein, genau. Hier hinten haben wir eine große M.A.S.A.M. Werbung drauf. Da habe ich auch letztens ein Fullface zugeschminkt. Das müsste diese oder nächste Woche online kommen. Stay tuned. Abonniert mich gerne hier unten auf dem Abo-Button, falls ihr Bock habt. Ähm, genau. Und da stehen dann halt so ein bisschen Styling-Tipps, Einrichtungstipps, Food-Tipps, Tipps drin. Finde ich cool. Äh, ja. Genau, das war's auch in dem Karton. Dann stelle ich den schon mal runter. Und, ähm, ich will jetzt erst mal gucken, was das Motto von der Box ist, ne? Das heißt, wir öffnen jetzt einmal den Deckel. Und da hast du auch wieder hier drin stehen, du bist schön. Das ist ja das klassische Design von der Pinkbox, ne? Es gibt auch immer mal wieder ein Special-Design. Das ist jetzt das Klassische. Ich riech mal kurz dran. Du riechst ja nichts raus, ne. Okay. Dann mach ich mal das Seidenschleifchen auf. Das ist ja nur, du Betty-Hund. Hier stehen nämlich noch mehr Leckerlis. Ähm, hier, oh. Da fehlt schon was raus. Ready, set, go. Das ist hier wohl das Motto. Und, äh, hier haben wir auch schon den Blick in die Box. Und es ist echt gut gefüllt, ne? Ganz schön schwer, aber hauptsächlich wegen einem Getränk, was ich hier schon drin sehe. Fünf Produkte haben wir hier in der Box auch immer mit drin, ne? Genau. Und dann gucken wir mal, weil hier steht dann immer so das beschrieben, was die Boxenpacker sich gedacht haben. Hallo Pink Lady. Nach einer wirklich aufreibenden Zeit können wir endlich das Jahr 2021 begrüßen. Juhu. Wir möchten, dass du alles Negative hinter dir lässt und motiviert sowie fokussiert in das neue Jahr startest. Ready, set, go. Mit der gleichnamigen Pink Box geben wir dir schon mal einen kleinen Shops in die richtige Richtung. Und möchten dich dazu ermutigen, nur das Beste aus dir rauszuholen. Und wie sollte das besser gehen als mit unseren spannenden Beauty-Highlights? Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Testen, deinem Pink Box Team. Vielen, vielen Dank. Bin gespannt, womit ich mich jetzt quasi, wo ich das Beste aus mir rausholen soll. Okay, wir starten jetzt einfach mal mit dem Produkt, was quasi daneben lag. Und das ist von Youth Lift, optisch weniger Falten in zwei Minuten, Express Lifting Gel 3DFL. Das ist relativ hochpreisig und so schaut das aus. Das bekommt man auch auf der Asam Beauty Homepage, die Marke, ne? Ähm, genau. Ja, und das sind halt so drei Tübchen hier drin. Da kannst du richtig, richtig viel mit machen. Ähm, also richtig langfristig das austesten. Hier sind auch tatsächlich mal so Bilder abgebildet. Und solche Produkte sagen mir halt auch immer wieder, an wen sich auch die Pink Box tatsächlich richtet. Sie richtet sich nicht nur an diejenigen, die, ähm, jünger sind, sondern halt auch an Leute wie mich, die 31 sind, die auch schon Fältchen haben und gegebenenfalls diese mal so ein bisschen kaschieren wollen. Ähm, genau. Und das ist gegen Faltenporen und Tränensäcke und gegen Glanz. Genau. Ja, hatte ich auch schon mal. Habe ich, glaube ich, in Adventskalendern weitergegeben. An die Damen in meinem familiären Umfeld. Ähm, theoretisch machst du das irgendwie auf diese Falte drauf. Zum Beispiel hier so auf diese Nasolabialfalte. Lässt es dann einfach ein bisschen einwirken. Und, ähm, darfst dann auch keine Miene verziehen für zwei Minuten oder für eine Minute oder so. Und dann soll das halt auch wirklich wie optisch geglättet sein. Natürlich kommt die Falte irgendwie wieder im Laufe des Tages. Aber, ne, für den Moment oder für das Foto oder für was auch immer hast du dann einmal Perfektion. Also, Entschuldigung. Danke. Ja. Okay, dann, ja, habe ich hier nämlich schon das, was mir jetzt helfen wird, weil ich habe echt einen trockenen Mund. Wir waren eben spazieren und deswegen bin ich auch ein bisschen durchgewuselt. Ähm, habe ich Durst tatsächlich. Und hier ist auch ein Getränk drin. Manchmal hat man das auch in dieser Box mit bei. Landpark, Bioquelle, sanfter Apfel, Bio-Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure, 0,5 Liter. Ja. Das probiere ich doch mal. Ja. Semmi hat offensichtlich auch ein bisschen Durst. Ja, aber das kann ich mir schlecht geben. Hm. Wie ganz sanfter Apfelsaft. Aber nicht so übertrieben. Von der Säure her sehr angenehm. Also wirklich sanfter Apfel, ne? Hm. Hm. Ist auch schön kühl, weil der Postbote hat eben erst geklingelt. Mega. Okay, dann habe ich hier ein dekoratives Kosmetik-Tool. Ein abgeschrecktes Make-up-Ei von Ebelin. Genau, sowas bekommst du halt bei DM. Und ein graues Make-up-Ei habe ich auch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt... Doch, ich hatte mal ein Ebelin-Ei, ne? Ich glaube, die waren mir zu hart. Weiß ich nicht. Ich sammle aber alle dekorativen Kosmetikartikel, die ich so im Laufe des Monats durch die Boxen bekomme. Das ist so eine kleine Neuerung hier auf meinem Kanal. Und am Ende des Monats setze ich mich dann hin. Oder wenn ich halt alle Boxen bekommen habe, die in dem Monat kommen sollten. Und, ja, schminke mich dann mit euch. Und schaue einfach, was ich so zusammenkriege aus den Boxen. Und hier ist halt das... Ja, das ist relativ hart, ne? Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, finde ich cool. Das ist hier oben aber etwas rundlich. Aber sehr, sehr scharfkantig. Das ist interessant. Das wird auf jeden Fall mit zum Einsatz kommen. Okay. Ich glaube, ich habe es jetzt falsch schon wieder reingetan. Das ist jetzt ja auch Pelle, ne? Ja, das hat sich gerade voll verzogen. Cool. Dann haben wir etwas von Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin C Mask mit Vitamin C, Niacinamiden, Adenosin und das ist Boosting Radiance & Glow. 15ml sind hier in dieser Maske drin. Und das bekommt man ja auch so zum Beispiel bei YesStyle. Aber ich glaube, du bekommst Dear Klairs auch mittlerweile in der Drogerie. Weiß ich aber nicht. Ich versuche euch übrigens alle Produkte, die ich hier auch zeige, rauszusuchen und in der Infobox zu verlinken. Genau. Eine Gesichtsmaske, die mit Niacinamid und Adenosin formuliert ist. Joa. Anwenden Sie als tägliche Feuchtigkeitscreme oder Schlafmaske. Die Haut nach der Reinigung mit dem Toner vorbereiten. Joa. Okay. Äh. Joa. Achso. Und da ist auch noch Vitamin C mit dabei. Okay, das soll halt in dem Sinne das Gesicht schön machen, ne? Joa. Kann ich dann mal in ein Maskenvideo mit integrieren. Und wo ist mein... Da. Oh ja. Das ist ein schönes Pöttchen. Genau. Finde ich auch gut, dass wir halt so Tiegelmasken haben oder nur so. Das finde ich einfach... Da hasse länger was von. Als wenn du einfach nur ein Sachet hast. Oh. Die sieht aber fabbelig aus. Sehr interessant. Wie riecht die? Frisch? Ich glaube nicht wirklich parfümiert oder sowas, ne? Und das soll ja auch eine gute Marke sein. Das schwärmt ja... Eine andere YouTuberin, die ich echt häufig gucke. Wo ich den Namen vergessen habe. Es tut mir leid. Ich blende euch das mal ein. Die schwärmt halt auch sehr von der Marke. Und ja. Genau. Wird auf jeden Fall ausgetestet. Das ist cool. Für mehr Glow und Strahlkraft der Haut. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen jetzt im Winter, ne? Da habe ich echt eine fahle Haut immer. Und da haben wir jetzt schon mal drei Produkte. Vier Produkte durch das Getränk. Und hier haben wir aber noch zwei drin. Zum einen habe ich hier etwas von Gokosch. Eyeshadow. Okay. Ja gut. Das ist dekorative Kosmetik. Das wird ausgetestet. Die Textur befindet sich in der Kappe. Einfach mehrmals auf- und zudrehen. Auftragen und fertig. Und da haben wir sogar zwei Kappen. Das ist interessant, oder? Oder ist das eine Ersatzkappe? Ne. Das ist aber eine unterschiedliche Farbe, ne? Das finde ich spektakulär. So. Da habe ich hier einmal was zum Drehen. Da ist nämlich so ein Schwämmchen drin. Ich glaube, man kennt das auch von Essence oder sowas, ne? Oh, das ist so eine schöne Highlighter-Farbe. Ja. Die kannst du vielleicht sogar zweckentfremden als Highlighter, falls ich jetzt nicht irgendwie noch in der Box einen Highlighter mit drin finde. Aber muss ich dann mit dem gleichen Schwämmchen dann in die andere Farbe? Das ist einmal die Farbe 206 und die Farbe 209. Und da haben wir hier noch ein... Nö. Nö, da will ich auch wieder mit diesem Schwämmchen vier rein. Das dreht man dann zu. Und dann dreht man das wieder auf. Upsala. Und kann das swatchen. Oh, das ist aber auch ein schönes Tönchen. Das ist auch ein schöner Alltagston vor allem. Sehr dezent. Man sieht den kaum, ne? Das ist so ein Beige mit einem leichten Schimmer drin. Doch, das finde ich aber schön. Dann habe ich hier noch eine Maske drin. Oder was ist das? Ne. Stress-Relieving Refresh-Your-Day-Pureful Lip-And-Eye-Remover-Pad. Okay, da kannst du dein Augen-Make-up und dein Lippen-Make-up mit entfernen. Das ist auch was Koreanisches. Ja. Bei der Maske haben wir jetzt quasi die Nachhaltigkeit und hier ist sie wieder flöten gegangen. Sorry. Refreshing, Reviving, Refining, Relaxing. Stress-Stress. Ja, mal gucken. Aber ich finde es eigentlich ein bisschen... Ja gut, für eine Reise, dann hast du es halt dabei. Das stimmt wohl, ne? Aber ansonsten habe ich meinen Portman-Make-up-Entferner da halt stehen. Das dann so... Ich muss gucken, wie gut das ist. Vielleicht ist es ja auch richtig geil. Haut mich jetzt aber nicht so verhocken, um ehrlich zu sein. Grüße-Box. Bin ich dadurch ein besserer Mensch geworden. Wäre jetzt nicht dieses Abschmink-Pad in einem Sachet drin, hätte ich jetzt schon gesagt, naja, die Produkte sind schon irgendwie so nachhaltig und bio, da könnte ich mir das schon vorstellen. Ansonsten halt durch diese Maske, natürlich ist es dann halt dieses Renewing. Dann durch den Lidschatten kann man halt auch ein bisschen fresher aussehen. Auch das Schwämmchen deutet dann ja auch ein bisschen an, dass man ein paar Foundation-Produkte, Complexion-Produkte und so weiter sich auftragen könnte, um frischer auszusehen. Ansonsten halt das Antifalten-Moppet ist auch eine ganz gute Kiste. Es passt schon, abgesehen von diesem Abschmink-Feed zum Thema, muss ich sagen. Wobei auch Abschminken gehört ja auch zu dieser ganzen Hautpflege-Geschichte sehr, sehr gut mit dazu. Weil du musst dich eigentlich, also nicht eigentlich, du musst dich jeden Abend, wenn du dich geschminkt hast, abschminken, damit die ganze Rotzepampe, die sich über den Tag angesammelt hast, halt runterkommt. Und ansonsten altert die Haut halt schneller. Deswegen, da passt es halt auch irgendwie schon, ne? Habe ich was vergessen? Das Getränk, safe, ne? Bio und voll gesund und lecker und Jamme und Apfel. Ja, ansonsten, ich fand die Box auf jeden Fall schön. Und wenn man bedenkt, dass man, ich sag mal, um die 15 Euro für die Box bezahlt hat, lohnt sich das allemal. Weil das sind jetzt Produkte, die man schon gegebenenfalls im Laden kaufen könnte. Aber zum Beispiel die Dirklairs-Maske ist etwas, wo ich immer mal wieder so drum zugeschlichen bin, aber wegen diesem Vitamin C und so. Eigentlich immer so sonst gesagt hätte, nie. Aber jetzt habe ich sie da und dann werde ich sie mal ausprobieren, ne? Genau, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich die Pinkbox, die mir, wie ihr seht, schon gefallen hat, aber noch nicht vom Hocker gehauen hat. Mal gucken, was die nächsten 11 Boxen dieses Jahr so bringen werden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich auch ganz doll gedrückt von mir, ohne meine Nase zu hauen. Oh je, ich verlinke dir mal an. Hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautyboxen 2021. Hier unten mein neues Bluffload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.